Wir können ja auch über Conny ablästern. Oh, ich hasse Conny so sehr. Ich hasse Conny. Das gibt Beef. Leute, wisst ihr, ich hab gestern ein Video geschaut. Von meinem guten Freund Dylan Dusk. Und ich dachte mir, ach, das wird wieder ein wunderschönes Dylan Dusk Video. Den kann ich immer genießen. Und dann hat er das gesagt. Ich hasse Conny. Das hat mich sehr hart getroffen. Und deswegen würde ich sagen, gibt es jetzt Rache. Ich werde Louis jetzt so sehr vernichten. Ich würde sagen, dafür gehe ich als allererstes mal in dieses Spiel rein. Ich hoffe, dass ich hier meine Wut an ihm auslassen kann. So, was kann man hier machen? Komm ran. Bam, bam. Ach komm, als ob das so ein langweiliges Spiel ist. Bam. Lol, der ist da reingefallen. Roggenwehr muss die Schmerzen tragen. Bam. Bam. Das Spiel ist so schlecht. Aber Leute, ich bin sehr wütend. Louis hat gesagt, er hasst mich. Deswegen hasse ich jetzt alle. Aaaaaaah. Aua. Aaaaaaah. Mir geht's gut. Lass uns Fight in the Train Station Simulator spielen. Okay. Angekommen in der Train Station. Oh Gott. Ich bin R6. Ist ja auch egal. Ich push dich. Bleh. Lol. Wie schlecht ist das denn? Das Spiel ist ja noch schlechter als das Spiel davor. Man geht hier hin und schubst die Leute und dann fallen sie um. Aaaaaa. Aaaaaa. Ich schubse dich vor den Zug. Hey, du da. Aaaaaa. Ich glaube, die Noobs. Ja. Die Noobs sind keine echten Spieler, sondern einfach nur Noobs. Also einfach nur Bots. Aaaaaa. Aaaaaa. Wie mir erledigt wurden, werden diese Karte sehen. Best wishes von Roblox Conny. Okay, wunderbar. Ja, ich denke, dann muss ich mal noch ein paar Leute erledigen hier. Aaaaaa. Ich schubse euch alle rauf. Ich schubse euch alle rauf aufs Gleif. Aaaaaa. Aaaaaa. Nein. Nein. Geh weg. Oh Gott. Okay. Du kommst aufs Gleis. Ha. Ja. Aaaaaa. Schade, er hat sich noch gerettet. Schade, schade. Schokolade. Aha. Ich hab ihn einfach rüber geschubst. Alles klar. Ey, nicht mich schubst. Hab dir nichts getan. Nein. Schubst mich nicht hier ein. Aaaaaa. Wir können ja auch über Conny ablässern. Boah, ich hasse Conny so sehr. Warum? 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 Aaaaaa. Äh. Wo? Wo bin ich? Hallo? Aaaaaa. 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 Wie bin ich hierher gekommen? Ähm. Okay. Ich glaub, ich bin hier, um... Um mich vorzubereiten. Auf meinen Boxkampf gegen Louis. Ich geb ihn einmal in Mitte-Rechten. Links, rechts, links. Bap, 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 bamm, 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 bamm. Und einen Schritt zurück. Okay. Ich verstehe. Turniere ich noch einmal am Boxer. Old Block to reload. Blocken? Was ist blocken? Ja? Was ist blocken? Ah, Space ist blocken. Ja! Das ist das, was du kriegst, Louis. Das kriegst du dafür. Bap, 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 bamm, 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 bamm. Oh, oh, oh. Bap, bamm, bamm, bamm. Oh, oh. Bap, bamm, bamm, bamm. Oh, oh, oh. Bamm, bamm. Okay. Und da oben steht T für Unlock. Ah. Ah, verstehe, verstehe. Was macht ihr? Für 0 Dollar Handschuhe kaufen? Das will ich machen. Add it to inventory. Dann ziehe ich mir die neuen Handschuhe an. So, und jetzt steigen wir in den Ring. Gain money for winning matches. Gut. Wer will von mir auf die Schnauze bekommen? Wer ist mein erster Gegner, bevor ich gegen meinen richtigen Rivalen kämpfen muss? Alle Ringe sind besetzt. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, du kriegst von mir auf die Schnauze, Bro. Nicht, ah, ah, das ist unfair. Alle gehen auf mich. Gut, ich, wir haben ihn, wir haben ihn. Das merke ich mir. Aha. Okay, okay, okay. Komm ran. Aua, 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 aua. Wir hören nicht auf auszuteilen, aber jetzt werde ich weiter austeilen. Ah, bamm, bamm. Ja, block ruhig, block ruhig, block ruhig. Ha, Knockout. Nougat, Nougat. Oh Gott. Der gibt mir gleich auch einen Knockout. Au. Wie kann er noch leben? Man, keine Ahnung, wie er noch lebt. Wach auf. Wach auf. Wo bin ich? Wer bist du? Hallo, mein Mäuschen. Wach auf.